Alle Zahlungsabwickler stellen auf Krypto um. Warum bist du nicht? Guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag, wo immer sie sind, wann immer sie sind. Vielen Dank, dass Sie sich meine Videos angesehen haben. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Ich bin hier mit Herrn M. aus dem Podcast von Herrn M. verbunden. Wie geht es dir heute? Hey Da Vinci, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank, dass Sie mich in Ihrer Show haben. Oh Mann, es ist jeden Tag ein guter Tag im Kryptobereich, weil wir ständig wachsen. Im Kryptoraum passiert alles. Das Wachstum wächst auf exponentiellem Niveau. Und Sie beobachten dieses Wachstum, indem Sie hier sind, indem Sie sich dieses Video ansehen, indem Sie den Kryptoraum beobachten und zusehen, wie Bitcoin, Ethereum und Solana und so weiter ständig steigen und sehen, was passiert, wie alle Tools, die den Menschen zur Verfügung stehen, verfügbar werden, ist einfach umwerfend, nicht wahr? Ja, tatsächlich. Es ist früh. Es ist noch so früh, oder? Sehr früh. Und tatsächlich, hey, wir sehen uns diesen Nachrichtenartikel an. Wir prüfen derzeit, ob Stripe daran interessiert ist, Stablecoins zum Versenden von Kryptowährungen oder Währungen zu verwenden. Wow. Halte durch, halte deine Pferde. USDT ist das neue CBDC. Wissen Sie, was die positive Seite ist? Ich teile hier nur einen Witz. Das Gute daran ist, dass Sie Solana integrieren. Also funktioniert es manchmal vielleicht nicht. Sie haben es auf Solana übertragen? Ja. Wenn Sie sich den Tweet ansehen, steht dort, ich denke, das werden Sie auch tun. Dort heißt es, dass Sie Solana markiert haben. Ich weiß es also nicht, denn USDT wird auch auf Solana unterstützt. Sie sehen also, Sie haben Phantom, also Phantom und MetaMask. Die gute Nachricht ist also, dass CBDCs vielleicht irgendwann online verfügbar sein werden. Ja. Oh, das ist ein kleiner Fehler Ihrerseits, aber hey, ich bin mir sicher, dass Sie es in anderen Netzwerken und dergleichen zum Laufen bringen werden, weil es in allen Netzwerken verfügbar ist. Also, ja. Nun, ich denke, wirklich, dass die Zukunft Krypto ist, oder? Wenn Sie also hier sind, richtig, und Sie sehen das und haben noch nie eine Brieftasche benutzt, dann haben Sie sie noch nie benutzt, wissen Sie? Sie sind sogar bei einer Börse eingeloggt und haben noch keine Börse eingerichtet? Nun, jetzt ist es an der Zeit, mit dem Wechseln zum Coin zu beginnen, oder? Links finden Sie in der Beschreibung unten. Das ist eine Münze. Und ja, Sie können sich hier anmelden, registrieren und wir haben immer noch einige Bonus-Gewinnspiele. Aber wenn wir anschließend auf die Hauptseite gehen, werden Sie feststellen, dass noch etwas anderes passiert. Weitere Giveaways stehen vor der Tür. Werfen wir einen Blick darauf und erfahren Sie mehr darüber. Ja, es gibt den Handel mit Fähigkeiten mit einem Anteil am Preispool von 800.000 USDT. Verdammt, genau hier. Es könnte sein, dass du einfach einer Truppe beitreten musst, oder? Und sie könnten tatsächlich Anspruch auf einige Giveaway-Preise haben. Man sieht doch, dass sie um den Spitzenplatz vergeben, oder? 30.000 Dollar. Und USDT-Megagutschein und 50 plus der 50.000 USDT-Superbonus. Das ist echt cool. Es sieht so aus, als würden Sie die Ausgaben auch in Echtzeit nach oben scrollen lassen. Man sieht, es gibt eine Art Wettbewerb in Echtzeit. Sie sehen die 1, 2, 3 mit den Prozentsätzen. Das ist echt cool. Ja, es sieht also so aus, als ob Sie in Echtzeit sehen können, was los ist, und wer gewinnt und wer etwas Geld bekommt. Ja, und ich glaube, Sie geben uns noch eins. Reihe von Fähigkeiten, um hier Geschäfte abzuschließen. Ich glaube, mal sehen, ob wir das finden können. Es liegt nicht nur an den Fähigkeiten, sondern auch, wenn man eine Strategie hat, dann ist sie da. Wenn Sie hier auf Strategie klicken. Wir können diesem Triumph mit einer Strategie beitreten, bei der wir 200.000 USDT-Preis-Pools teilen. Und es ist ein bisschen knifflig, aber wir erklären euch, wie das alles funktioniert. Wenn Sie daran interessiert sind, einfach nur Likes zu bekommen, denn alles hängt davon ab, wie viel Sie handeln möchten, oder? Sie könnten handeln. Wenn Sie mit kleinen Geldbeträgen handeln, sollten Sie sich meiner Meinung nach die Bronzekarten ansehen und erfahren, wie Sie diese erhalten. Und so können Sie sehen, wenn Sie es einfach tun. Grundlegende Dinge wie eine Einzahlung von 50 Dollar oder ein Futures-Handelsvolumen von 500 Dollar, was selbst mit 50 Dollar einfach zu bewerkstelligen ist. Und ja, Sie können tatsächlich diese Punkte und dann bestimmte Boni erhalten, die Sie, wenn Sie auf die Anleihebene klicken, mit einer Bronzekarte sehen können. Richtig, weil Sie hier nur eine Karte benötigen, indem Sie 50s einzahlen. Sie können auch 5 USDT für den Handel erhalten. Mit der Karte für zwei Produkte erhalten Sie 20 Dollar, 3 Dollar, 50 Dollar und sogar 100 USDT. Sie können also einfach diese Listen mit Dingen hier erstellen. Wenn Sie nun weitermachen, können Sie sehen, dass Sie bis zum Diamanten einfach eine bestimmte Reihe von Aufgaben erledigen und diese wunderschönen Preise erhalten können. Ja, es ist ziemlich cool, weil die Leute diese Dinge sowieso tun, oder? Leute hinterlegen. Zahlen Sie Geld ein, um zu handeln. Also haben Sie einen Weg gefunden, eine Art Treuesystem mit Punkteprämien zu schaffen, was bedeutet, dass Sie jedes Mal, wenn Sie eine Einzahlung tätigen oder bestimmte Aktionen ausführen, wie Sie erklärt haben, die Möglichkeit haben, bestimmte Preise einzulösen, was irgendwie cool ist. Ja, sehr schön, sehr schön. Deshalb freue ich mich darauf, eines dieser Autos zu bekommen. Vielleicht besorge ich mir so ein iPhone 15 Pro. Ja, das ist ziemlich cool. Hübsch. Also ja, melden Sie sich also unbedingt jetzt bei coinvo.davinci15.com an. Gehen Sie einfach zu coinvo.davinci15.com und melden Sie sich an. Melden Sie sich einfach an. Und wenn Sie sich dann einmal angemeldet haben, können Sie tatsächlich unserer Telegram-Gruppe beitreten, unserer privaten Telegram-Gruppe, die nur für Coinvip, Telegram, und nur für Personen zugänglich ist, die sich mit Coin angemeldet haben. Und Sie erhalten Zugriff auf Handelstipps und so weiter. Wenn Sie jedoch privat von jemandem kontaktiert werden, wenn Sie sich für diese Gruppe anmelden, ignorieren Sie ihn bitte. Das ist ein Betrüger, oder? Viele Leute wurden dadurch betrogen. Niemand wird Ihnen eine private Nachricht senden. Nein, ich werde dir keine Privatnachricht senden. Mr. M. wird Ihnen keine Privatnachricht senden. Bitte melden Sie sich einfach an und befolgen Sie die Anweisungen in der Gruppe. Hören Sie zu, was die Leute in der Gruppe sagen, nicht außerhalb der Gruppe, oder? Wenn jemand etwas außerhalb der Gruppe sagt, ist es wahrscheinlich nicht wahr. Ja, was ich also gesagt habe. Verwenden Sie unbedingt den Link in den Kommentaren unten und klicken Sie nicht auf etwas anderes, denn es gibt so viele Fake-Gruppen und Fake-Sachen. Seien Sie also vorsichtig. Was ist das für ein Da Vinci? Ja. Also ja, melden Sie sich noch heute an. Rechts. Es ist kostenlos, oder? Sie melden die Münze an, die Münze mit Da Vinci, j15.com Gehen Sie dann zu coinvdot, wenn W-Telegramme aussagekräftig sind. rns.davinci15.com Links finden Sie natürlich in der Beschreibung, falls Sie sich nicht erinnern, worum es geht. Steht auch im PIN-Kommentar. Melden Sie sich also unbedingt an und treten Sie unserer Gruppe bei, oder? Hoffe Sie dort zu sehen. Okay. Vielen Dank, dass ihr euch die heutige Folge angesehen habt. Ich hoffe, Sie klicken auf Gefällt mir. Klicken auf Abonnieren. Gehen zum Kanal von Herrn M. Klicken auf Gefällt mir. Und abonnieren dort. Hast du übrigens 5000 Abonnenten erreicht? 5000. Ja. Letzte Nacht. Unglaublich. Super glücklich darüber. Ja. Glückwunsch. Also gut. Ich danke euch allen fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Yes. Tschüss. 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 Tschüss.